jo leute herz kommen zu einem neuen video vor mir jebaka heute habe ich mal wieder 1 plus 1 beim start auf team kajude denn ich bin entbann und mit dabei ist der alex denn ich war angeblich für autoklinker gewandt ich habe es auf instagram gepostet wer es nicht gesehen hat ich kann das ja auch noch nicht einblenden nein ich habe nur fast clicker wie man gerade gesehen habe kann ich ein bisschen fast spitschen ich bin zwar noch nicht so gut aber es ist ein anfang und das reicht mir bist du schon in der mitte nehmen wir machen mal wieder ein bester free also wenn ich zweimal gewinnt sozusagen habe ich insgesamt gewonnen oder wenn er als zweimal gewinnt ja ja kannst du auch die letzten sind hast du auch nicht gewonnen nee gar nicht ja komm lügen soll man nicht so ich fasse das bitch jetzt mal nicht weil ich glaube ich habe zu sterben ich will sein battle überholen wobei ich da gerade im augenländer ein kleines problem sehe das war nicht mein dummes problem sondern ich hatte keine blöcke mehr es war eher so das problem mit oder ohne gold ohne weil er ist ein gold player bist du stolz drauf ist ich dein fucking ernst digger nehmen ein fucking glieder hast du mein bett ja bau mich ein hast du recht digger ja bau mich ein hast du recht digger alter ich hatte halt ich hatte halt schon gedacht du hast du war das bis ich du war das bis ich noch mal besporen mich zu ärgern aber warum machst du mein bett nicht geholt digger war das eingebaut nein nein ich dachte das war eingebaut und wollte mir jetzt mal eine picke kaufen nein digger ach du hattest gar keine picke nein also wenn du sie willst dann kann ich das verstecken okay was hast du hier ach du bist in die mitte gefallen so hi nein oh mein gott hey jan im schnitt bitte macht es noch mal in slow motion das war ein richtig geiler block am lg digger jan im schnitt ich frage zwar gerade ein bisschen wo ich mich hin baue aber ach so leh ich baue mich zu deinem bett gut geil wir sehen uns in der zweiten runde so wir sind jetzt in der zweiten runde ähm Alex ist ein bisschen sauer aber das war ja lächerlich oder nein du bist nicht sauer oder NOOOOOOI ne digger du bist nicht sauer ne digger du bist nicht sauer warum solltest du sauer sein mit absolut kein grund ist ja nicht so dass ich schon fast in der mitte bin jetzt oder ne tja du hast ja du wolltest aufnehmen ne vielleicht wollte ich aufnehmen weil ich noch ein video brauche für meine nicht existierenden fans bei mir bist du schon mal ne bei mir bist du schon mal nicht außer durch fly gegangen ne bei dir bin ich echt nicht als ob du dich erst zum eisen gebaut hast ja ok ich hab ein kleines problem eine blöcke ja ach ich hab ne taktik dagegen tschüss 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 gott buchst du dich grad zu mir ich chere immer gleich mein Leben ok du hast dich auch nicht hoch gebaut oder so jetzt hat er sich meine Sachen geschnappt digger als ob mhm hey komm mal bettik digger hier bist du doch zu mir gekommen aufok was wird mann ich habe es uns dort sind die kinder und die oder ich bin gut Wo bist du? Ich bin gerade bei mir dabei. Ich bin zurückgelaufen. Hä, niemals. Doch. Das wäre richtig dumm. Hä? Wie geht's hier stets? Wie? Ja, wie einfach... Wo du gerade gekauft hast, bin ich einfach... Habe ich mich da hinten rumgelaufen. Als... Oh mein Gott. Ich habe gedacht, du hast irgendwie eine Enderpillar oder hast du schon gehabt? Ja, ne, das ist auch eine durch. Kurz habe ich sogar gedacht, dass du es Fly gehabt hast. Ey, oh! Digga, ich könnte es dir irgendwie zutrauen. Ähm, ich will es jetzt nicht verlieren, Digga. Übrigens Leute, keine Sorge. Ähm, die Folge mit Robin wird schon noch kommen. Soll der Benz jetzt auch mal Asch weg? Wo bist du? Die Frage ist halt, hast du Equip oder nicht? Richtig, genau. Bist du? Ja. Ich bin jetzt auch schon bei dir. Was bringt's dir? Und sein Name ist John Cena! Nein, das ist mir nicht. Ich hab's 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 nicht. Okay, Leute. Dann gibt's jetzt nochmal die entscheidende Runde. So, Leute. Wir sind hier in der letzten und finalen Runde. Das ist jetzt echt nochmal spannend, weil... Alex hat mein Bett tatsächlich gerade noch geholt. Hat's einfach noch geschafft, Digga. Also, was heißt noch, als zuerst geholt wurde? Dann hab ich einfach Runde gespielt. Ich bin aber stolz auf mich, dass ich wenigstens noch dein Bett geholt hab. Wolltest du, dass ich dein Bett hole? Ja. Ja, wahrscheinlich, ne? Klimmes ist es ja, das ist. Wahrscheinlich, Digga. Ja, das war doch mein Plan, mich da oben auf dem Haus zu verstecken, bis du irgendwas an meinen Shop kaufst. Ja, das glaub ich dir. Das war auch dumm von mir. Das gibt's ja alles zu. Was bildest du? Ja. Okay. Ja, und ein bisschen halt so no-shiften, aber... Das macht ja weniger. Oh mein Gott, geile Blockanschen. Mir. Ich hab's gar nicht gefallen. Nein. Wo bist du? Würdest du jetzt gerne wissen, ne? Ja. Nein. Bitte, 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 bitte... Ah okay. Nein, als ob du bei mir bist. Nein, bitte. Ich muss vorher noch sterben. Ja! Ja! Die D an dich, Alter. Tja, Leute, wenn euch die Easy-Folge für mich gefallen hat. Dann lass doch mal ein Like da. Sob du dein Bett nicht eingebaut hast. Habe ich auch nicht, du hast dein Bett auch nicht eingebaut gehabt. Ja, ich will nicht. Und ich würde sagen, wir machen das bei euch. Nein. Ja, Leute, wenn euch das Video gefallen hat, dann lass doch ein Like da. Wenn ihr eine Revanch vollschreibt, Hashtag Revanch in die Kommentare. Alex ist jetzt nochmal verlinkt, beziehungsweise auch in der Videobeschreibung. Wir sehen uns beim nächsten Mal vielleicht gegen Robin, vielleicht gegen den Nächstes Mal wieder. Wir werden sehen. Oder auch gegen den neuen. Wenn ihr euch gefallen hat, dann lass doch ein Like da. Bis zum nächsten Mal und ciao. Bis zum nächsten Mal. 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 Tschüss. 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 Vielen Dank.